Ich spreche mit dem Herrn Egon Marder. Möchte Sie Herrn Marder sprechen? Ja. Ja, einen Moment bitte. Marder, hallo! Hallo Herr Marder und ich grüße Sie. Ja, hallo! Herr Marder, und zwar es geht um das Thema Hausnotruf oder Notruflösung. Ein Notruf? Was ist passiert? Eine Notruflösung für Sie oder ein Hausnotruf? Ja, das... Ja, ja. Okay. Ja, das ist sehr hilfreich, weil ich hatte das hier so in so einem Laden gesehen. Okay. Aber die waren so unfreundlich, da habe ich da nicht gekauft. Okay. Sind Sie noch so mobil, dass es soll für Sie quasi sein? Ja, unter anderem. Im Prinzip wollte ich das ja, falls der Hund verloren geht. Und ich wollte das selber für meine Frau haben. Okay. Na gut, für den Hund ist es nun natürlich nicht so wirklich, aber für die Frau ist es auf jeden Fall. Das ist das nicht für Tiere? Nein. Falls das... Weil wir haben ja im Prinzip... Ich weiß nicht, ob das Inder oder Pakistaner, ich habe immer die Befürchtung, die wollen mir den Hund klauen. Ach so. Ja. Okay. Aber da können Sie nicht helfen. Nee, da kann ich nicht helfen. Also für einen Hund klauen ist es nicht. Ja, aber meine Frau soll ja auch keiner klauen. Obwohl, die ist jetzt gerade nicht da. Da kann ich das ja sagen. Die würden die wahrscheinlich sowieso wieder bringen. Ja, die bringen sie auf alle Fälle wieder. Gut. Ja, die kann sich wehren. Das glauben sie gar nicht. Das kannst du mir vorstellen. Ja. Die kann richtig ausrasten. Da bräuchte ich eigentlich auch schon fast so eine Hilfestellung. Ja, ich bin ja kräftig, kann mich da ja wehren. Naja, genau. Also wie gesagt, das ist eine Notruflösung. Wenn Ihnen jetzt was zu Hause passiert oder unterwegs passiert, wenn Sie stürzen oder irgendwas oder die Frau was passiert, dass sie einen Notrufknopf drücken kann und ihr dann natürlich auch geholfen wird. Ja, wer kommen Sie dann? Wir kommen nicht, nein. Ja, was bringt das denn dann? Ich würde es Ihnen gerne vorstellen. Ach so, Entschuldigung. Ich wollte da ja nicht vorschnell wirken. Macht nicht. Alles gut. Ja. Also sind Anbieter und Hersteller einer Notruflösung. Mobil sowie auch für zu Hause. Also Sie können es auch für unterwegs nutzen, wenn sie unterwegs ist. Und natürlich auch für zu Hause als klassischen Hausnotruf. Ja, ist das wie so von die Zeit, die schöne Zeit, wo ich nach Auto fahren durfte. Wie so eine Notrufsäule im Prinzip. So im Prinzip, ja. Aber nur halt kleiner und handlicher. Ja, aber wenn das zu klein ist, dann ist das ja auch wieder wegen dem Hund gefährlich. Die fressen ja alles im Prinzip. Nö, das frisst ja nicht. Sehr gut. Ist das da entsprechend behandelt? Genau. Ja, das ist gut. Weil ich habe da so im Prinzip mir so ein Halsband gekauft, dass immer wenn der versucht, irgendwas zu machen, da kriegt er so einen sprühstos Zitronenduft auf die Nase. Oh. Das mögen die ja nicht haben. Ne, das mögen wir gar nicht. Dann muss ich das da ja nicht extra auch nochmal machen. Da freut sich auch der Hund drüber. Genau. Ja. Okay, bei unserer Notruflösung ist außerdem eine Notrufzentrale hinterlegt, die Sie jeden Tag 24 Stunden erreichen können. Das bedeutet, wenn Sie den Notrufknopf drückt, die Frau oder Sie, werden Sie auch direkt mit der Notrufzentrale verbunden. Mit Ihrer oder mit der vom Bund im Prinzip. Allgemein vom Bund. Ja. Genau. Und auch Sie in Baden-Baden haben mit Sicherheit eine kurz ansässig. Eine was bitte? Bei Ihnen in Baden-Baden ist mit Sicherheit auch eine ansässig. Wer ist da ansässig? Eine Notrufzentrale. Also wir haben hier so eine Feuerwehr. Sie haben aber mit Sicherheit auch ein Krankenhaus? Ja, das ist noch ein bisschen weiter weg von mir. Okay. Also das ist ja im Prinzip, wenn Sie möchten, weil es ist ja, ich müsste da nach oben laufen. Das ist ja mein quasi, mein Nachbar, der arbeitet da ja. Weil das muss ja da vermerkt werden dann, dass ich sowas habe. Ähm, das würde ich Ihnen noch erklären, wie es funktioniert. Ja. Denn Sie brauchen da nirgends hinlaufen, sondern Sie finden bei uns in unseren Unterlagen definitiv einen Notfallplan, den Sie ausfüllen können. Und schicken das bitte an uns auch wieder zurück. Und wir geben das dann natürlich auch dementsprechend weiter. Ja, aber ich kann ja, wenn, sage ich mal, meine Frau verloren geht, da kann ich Ihnen ja nicht erst einen Brief schreiben. Nee, aber wenn die Frau verloren geht, können Sie ja einen Notruf, sie kann ja einen Notruf drücken. Ja, das kann sie ja nicht mehr, wenn sie verloren gegangen ist. Das muss ich dann ja machen. Ja, das ist eine andere Geschichte. Ja, aber das ist auch möglich. Ja. Oder darf das, sage ich mal, nur meine Frau benutzen, wenn das, äh, wenn wir das kriegen? Nein. Ach so. Das ist einmal eine Station für zu Hause und einmal ein Mobilgerät, was sie um, also mitnehmen kann. Für die Krankenstation? Nee, für zu Hause. Eine Feststation, eine Ladestation. Ah, wie für die, das hat, mein Enkel hat mir das mal gesenkt. Das ist wie so, äh, so fürs Telefon, zum Saufstecken. Hm? Ja. Ja. Das habe ich schon mal gesehen. Ich habe das, ich traue mich, das nur nicht aufzubauen. Mhm. Bei uns müssen Sie es aufbauen, sonst hat das Teil leider keinen Strom. Haben Sie da niemanden, der das ja quasi in Betrieb nehmen kann? Das können Sie ganz alleine. Sie brauchen quasi nur eine Stromsteckdose, setzen das Mobilteil auf und alles andere macht es automatisch. Also ich stehe ja mit dieser Technik schon seit ich denken kann auf Kriegsfuß. Ich bin ja, sagen wir mal, früher mal Schweinebauer gewesen. Da habe ich ja so einen ganzen Humbug gar nicht gebraucht. Da haben wir das alles von Hand gemacht. Wir haben da mal, wenn die Sau zur Welt gekommen ist, ne, dann haben wir die da an den Hinterbeinen gezogen, dass das schneller geht. Und wenn die dann in den Topf sollte, dann haben wir der den Kopf abgeschlagen. Da habe ich ja diese ganzen Elektrik-Sachen, die haben wir damals ja gar nicht gebraucht. Wenn Sie verstehen, das ist ja vom Zusammenhang immer sehr wichtig. Genau. Denn jetzt im Alter lerne ich das nicht mehr. Hallo? Ja, ich habe es verstanden, Herr Marder. Sie sind so leise plötzlich. Hey, ich bin noch da, alles gut. Jetzt kann ich Sie hören. Ist das Telefon bei Ihnen auch runtergefallen? Ja, mir ist gerade der Kopfhörer abgefallen, ja. Haben Sie Kopfhörer? Ja. Das ist ja hochmodern bei Ihnen. Das habe ich neulich im Fernsehen gesehen. Ja. Also nicht Sie persönlich. Nicht, dass Sie etwas Falsches von mir denken. Aber die haben da halt so eine Tour gemacht durch so den Hochtechnologie-Park. Ja. Und da haben die Leute das auch gehabt. Genau. Tut das nicht weh, wenn man das da auf hat, ständig? Nein. Ist das gut gearbeitet? Das muss ja sein. Wie lange tragen Sie das denn am Tag? Ach so vier bis fünf Stunden. Ja, dann muss das ja schon entsprechend verarbeitet sein. Ist es auch. Sonst kriegt man ja Schmerzen. Genau. Nein, ist alles in Ordnung. Also ist der Arbeitsschutz da bei Ihnen gewährleistet? Aber sicher. Sehr gut. Sonst brauchen Sie ja auch so einen Notruf. Ja, den habe ich auch schon, ja. Mitarbeitermisshandlung. Auf den Knopf drücken. Nein. Wofür haben Sie den denn? Weil ich habe den, wie gesagt, ich habe den für mich genutzt, weil wir viel unterwegs sind und ich viel auf der Autobahn unterwegs bin. Und deswegen habe ich ihn. Ja, ist das also dann auch so, das ist jetzt auch wieder so ein Hochtechnologiebereich. Ist das dann für die Navigation verantwortlich? Nein. Nein. Hat nur damit was zu tun, wenn mir was passieren sollte und ich nicht immer ein Handy einstecken habe, dass ich da quasi auf den Knopf drücken kann. Ja, und muss man das dann wie so eine Halskette tragen? Sie können es auch in der Hosentasche stecken. Ja, das ist ja bei einem Unfall schwierig, dann da dran zu kommen. Ja, ich habe es immer mit in der Handtasche und wenn ich ins Auto steige, lege ich das vorne in so ein kleines Ablagefach rein und dann funktioniert das. Und was hat das für eine Reichweite denn? Das funktioniert über Funk. Das wird alles über Funk gesteuert. Das kommt über das Funknetz rein. Also da, wo man auch quasi, da brauche ich, da muss ich die Ladestation von Telefon haben, dann beim Auto. Nein. Das Mobilgerät, das Mobilteil von uns ist eine kleine SIM-Karte drin und die ist... Eine was? Was ist da drin? Eine kleine SIM-Karte, wie beim Handy, so eine kleine Karte und die ist für den Funk verantwortlich. Also doch Navigation, wenn Sie Karten sagen. Nein, keine Navigation. Sie haben doch gerade gesagt, da ist eine Karte mit bei. Es ist eine kleine Handy-Karte in der Mobil... statt in dem Mobilgerät drin und das ist natürlich für die Funk-Erreichung wichtig. Ah, das ist quasi dieses Empfangsgerät dazu. Richtig. Ich verstehe sowas ja alles nicht. Es ist ja wichtig, dass es funktioniert. Das funktioniert auf jeden Fall. Ich streite mich ja immer mit meinem Enkel, weil der will mir ja immer erklären, weil ich sage, das ist die Fernbedienung, das ist ja Zauberei. Und er versucht mir das immer zu erklären, weil der das studiert und ich könnte mich da immer so aufregen, weil ich das überhaupt nicht verstehe. Naja. Ja. Ja. Es ist schon schrecklich, was aus der Welt geworden ist. Ja. Ja, es ist leider aber so. Ja. Ja. Und dann, wenn mir das zu viel wird, kann ich auf den Knopf drücken. Genau. Dann ist alles aus. Dann ist alles aus. Ja. Bei der Fernbedienung, ja. Nein. Bei ihr ist ein Knopf. Na, wenn Ihnen dann, Sie können auf den Knopf drücken, wenn Sie Hilfe brauchen, wenn Sie jetzt, wenn Sie nicht gut geht oder wenn Sie gestürzt sind oder wie auch immer. Ja, aber wer kommt denn dann? Dann kommt der Notarzt oder der Krankenwagen. Oder es kommt derjenige, den Sie dort eintragen. Sie können ja bis zu fünf Notfallkontakte hinterlegen. Kinder, Enkelsohn, Enkelkind etc. Da bringen Sie mich jetzt, ich bin ja so ein Tüftler immer, so logistisch. Also ich kann da quasi, kann ich da die Nummer von meinen Haushältern eintragen, wenn das was zu tun gibt hier? Ja, wenn es Ihnen nur nicht gut geht. Wenn Sie jetzt umgefallen sind, Ihnen geht es nicht gut, dafür ist der Notruf. Also ja, das ist ja im Prinzip, ist das ja gleichgültig, weswegen ich den dann anrufe. Oder muss das dann im Protokoll geführt werden? Ne, also das ist eine Notruflösung, also wirklich für jemanden, der jetzt umgekippt ist, denen es jetzt schlecht geht oder der gerade gestürzt ist oder wie auch immer. Aber nicht, wenn ich ihn jetzt als Haushaltshilfe brauche. Ja, das ist ja im Prinzip der Hintergrundgedanke, weil der muss ja in Fahrt kommen. Ja, aber es ist nicht gedacht, dass Sie die Notrufzentrale kontaktieren, wenn jetzt der Haushälter jetzt einen Rasen mähen soll. Nein, nicht die Notrufzentrale. Sie haben doch gesagt, ich kann da die Telefonnummer hinterlegen. Ja, bei der Notrufzentrale können Sie Telefonnummern hinterlegen, im Fall eines Notfalles, dass derjenige auch kontaktiert wird. Das heißt, dann rufe ich quasi Notarzt an und er ruft dann meinen Haushälter an. Also, wenn die Notrufzentrale rangeht, fragen die ja immer, was ihnen passiert ist. Sind sie gestürzt, ist ihnen schlecht oder was ist passiert? Oder wenn der Notarzt kommen muss, dann wird natürlich derjenige, der als Telefonnummer hinterlegt ist, auch kontaktiert. Dem Herrn Marder geht es schlecht, etc. oder den muss man ins Krankenhaus schaffen. Ja, aber was soll der denn dann da ausrichten, wenn da der Arzt im Prinzip vor Ort ist? Das steht ja doch nur im Weg rum. Ja, er steht ja nicht im Weg rum. Es muss ja jemand Bescheid wissen, wenn jetzt was passiert ist, dass er natürlich nie umsonst zu Ihnen kommt. Oder dass er Bescheid weiß, wenn sie noch was brauchen oder wie auch immer. Ja, ich würde sagen dann, bevor ich den Punkt wieder vergesse, weil das wäre mir persönlich sehr wichtig, dass wir das einmal gleich festhalten. Ja, ich hole den mal. Hallo. Hallo, schönen guten Tag. Es ist Rakesh wieder. Hallo Herr Rakesh. Ja. Ich habe schon mitgekriegt, Sie verstehen mich gut? Ja, sehr gut. Okay, Herr Rakesh. Soll ich Sie die Telefonnummer haben? Nein, ich möchte gar nichts haben. Moment. Herr Rakesh, es geht hier rein und weg um ein Notrufsystem. Notruf? Notrufsystem. Es geht hier um einen mobilen und Hausnotruf, was er natürlich nutzen kann, wenn ihm mal was passiert oder wenn der Frau mal was passiert. Irgendwie reden wir gerade hier mit Herrn Marder aneinander vorbei. Ich glaube das auch, aber der ist halt schon älter. Ja, ich weiß. Deswegen, ich habe das schon gemerkt. Ja. Ist nicht so tragisch. Es geht darum, er hatte sich dafür interessiert und wir, die Firma Libify, sind Anbieter und Hersteller einer mobilen Notruflösung. Das bedeutet, er hat ein Gerät zu Hause stehen, wie ein klassischer Hausnotruf. Ja. Und natürlich auch für unterwegs, wenn jetzt nochmal der Frau was passiert. Das hat einfach den Hintergrund, wenn er jetzt gestürzt ist oder er hat einen Schock gekriegt oder einen Schlaganfall, dass dort die Notrufzentrale kontaktiert werden kann. Aber nicht, wenn er irgendwelche Gartenhilfe braucht oder Hilfe im Haus braucht. Das hat er sich jetzt so gedacht. Das haut nicht hin. Also ist das so ein Gerät. Ich habe das bei Waffenladen mir angucken. Das kann man so bei Hossetasche reinnehmen und wenn dann das Mafia kommt, dann kann man das Stift ziehen und das Alarm machen. Ja, so ist es nicht gedacht. Es ist ja gedacht, wenn jetzt wirklich was passiert, wenn er jetzt wirklich stürzt im Haus oder ihm geht es schlecht, er hat einen Schlaganfall oder wie auch immer, dass man dort sofort und ganz schnell den Notarzt und den Krankenwagen damit holen kann. Ja, dafür ist das gedacht. Ist das ein Telefon? Das ist ein Mobilgerät und das ist eine Feststation. Das funktioniert zwar wie ein Telefon, hat aber quasi nur einen Knopf, einen SOS-Knopf. Hat auch eine kleine SIM-Karte drin, wo man quasi dann den Notruf auch auslösen kann und die Notrufzentrale ist natürlich auch dran. Achso, und die dann so GPS-Signale machen, wo der jetzt in den Fall ist? Genau, wo der auch geordnet werden kann. Jawohl, ist richtig. Genau so ist es. Kann ich sowas für meine Frau haben, weil ich glaube, dass manchmal nicht da hingehen, wo die mir sagen, dass das hingehen? Na, dann würde, naja, GPS-Ordung hat auch nur was zu tun, wenn jetzt ein Notfall vorliegt und sie drückt jetzt den Notrufknopf und keiner will, sie hat sich jetzt im Wald verlaufen oder irgendwas, dass man die orten kann. Das ist das Einzige, was da funktioniert. Aber nicht, dass sie jetzt gucken können, wo sie hingegangen ist. Das können wir nicht machen. Achso, das ist schade, schade, weil das wäre eine gute Idee gewesen. Ich wünsche mir das manchmal auch. Haben Sie gleich kein Problem? Nein. Sehr gut, weil das will man nicht haben, das immer mit dem Kopf denken. Oh mein Gott, und man nicht wissen. Ja, das ist eigentlich so, habe ich das Thema nicht. Ja, das ist das Herr Madl gerade wiedergekommen. Soll ich Sie den wiedergeben? Nee, brauchen Sie nicht. Was wollen wir jetzt machen? Ich habe jetzt die Möglichkeit, Ihnen mal Informationsmaterial rauszuschicken. Hallo, junge Frau. Ja? Ja, ich bin jetzt, ich bin ja, ich bin ja zwar schon älter, aber ich bin sehr fleißig. Wir hatten das jetzt ja, Sie haben jetzt ja mit denen schon gesprochen und dann haben Sie ja gesagt, wegen, äh, wegen dem Notruf, richtig? Ja. Ja, dass Sie das auch nochmal besprechen können. Der ist ja ja im Prinzip Brandmeister. Ein Moment bitte. Bagatow, guten Tag. Wie kann ich helfen? Ja, schönen guten Tag. Ich glaube, ich muss erst mal helfen, weil ich grüße Sie. Guten Tag. Wo brennt es? Also, bei mir brennt es nicht. Und zwar geht es darum, der Herr Madl interessiert sich für eine Hausnotruflösung oder für ein mobilen Notrufsystem. Und was, was hat jetzt Feuerwehr damit zu tun? Das weiß ich nicht, warum er sie jetzt geholt hat. Ich verstehe es jetzt gerade auch nicht. Eigentlich brauche ich sie gar nicht. Ich würde jetzt mal einen Vorschlag machen. Machen Sie es ihm mal. Klar, ich schicke jetzt auf alle Fälle Informationsmaterial raus, dass er einfach sich das mal anschauen kann. Unsere Kontaktdaten stehen mit drin. Einfach anrufen, wenn er das haben möchte. Ist das arme alte Mann jetzt umsonst durch das ganze Haus gelaufen? Da kann ich aber nichts dafür. Der guckt ganz traurig. Ich glaube, Sie müssen... Ich kann da gar nichts dafür. Also, ich weiß nicht, Herr Madl, was Sie gemacht haben, aber die junge Frau braucht mich gar nicht. Hallo? Ja? Was machen Sie denn mit mir? Ich könnte jede Minute an Herzinfarkt sterben. Sie machen mir das Leben schwer. Das mache ich Ihnen gar nicht. Natürlich. Sie haben doch gesagt, Sie müssen die Feuerwehr hinzuziehen. Das habe ich nicht gesagt. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Ich schicke Ihnen jetzt die Infomaterialien raus. Nein! Oh nein!